Kein Platz blieb frei im Lindemeyer Saal, im Neukirchen bei Lambach. Niemand wollte sich schließlich dieses besondere Partnerschaftskonzert entgehen lassen. 50 Jahre sind die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach und der Musikverein Geschwendt freundschaftlich verbunden. Eine Freundschaft wie diese, die über Generationen hält, ist fürwahr etwas ganz Besonderes. Das Empfinden ist ganz toll, muss man sagen, wenn man so lange jetzt dabei ist und dann so ein 50-jähriges Jubiläum feiern darf. Ich selber bin jetzt 40 Jahre dabei, also vor 40 Jahren war ich zum ersten Mal hier in Neukirchen und immer wieder sehr, sehr gerne. Und man sieht es ja auch, die Jugend, nicht nur wir Eltern, sind voll und voll ganz dabei und ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. So wie die geschwänkte Freunde war auch die Trachtenmusikkapelle Neukirchen. Unter den Kapellmeistern Christian Weichselbammer und Johannes Stadelmeier an diesem Abend in musikalischer Höchstform. Eigentlich eine tolle Sache, dass man so eine Freundschaft über 50 Jahre hält, wenn man zurückdenkt. Das war das Jahr 1965, wo die ersten Kontakte in der Richtung gepflegt worden sind. Unsere Tochter spielt mit, also die spielt bei der Jugendkapelle mit, beide. Und natürlich haben wir dann auch Verbindung zu Neukirchen. Ist das was, was Sie sagen, Trachtenmusikkapellen ist eigentlich gar nicht wegzudenken? Das gehört bei uns dazu. Das ist ganz normal für uns. Die ist überall dabei, wenn wir was feiern, also es ist ganz selbstverständlich. Einmachkirchen? Einmachkirchen. Nicht fehlen durfte natürlich auch die Jugendkapelle der Neukirchener, die ebenfalls groß aufspielte. Bei uns spielen zwei Enkerl mit zwei Tätlern im Jugendorchester und die spielen wirklich super schon und das ist schon klasse. Und wenn die Enkerl jetzt nicht mit spielen, dann gehen sie trotzdem? Ja, wahrscheinlich gehen sie auch. Weil sie ja, die Neukirchen muss, ist ja bekannt überall und da muss es gehen. Neben vielen Ehrungen für ihre Verdienste um die Musik, stand dann natürlich die Uraufführung des Marsches Hochösterreich im Mittelpunkt. Komponiert und dirigiert vom Obmann der Trachtenmusikkapelle Neukirchen, Markus Achleitner. Musik aus Österreich, die Markus Keiner war. Ich wollte einen leichten Marschierermarsch schreiben, der im Trio gesungen wird, weil es gibt zu wenige Märsche, wo gesungen wird. Und das war halt wirklich etwas fast wie eine Geburt eines Kindes, weil man investiert viel Zeit, man weiß überhaupt nicht, wie es dann ankommt. Und es war wirklich lässig, da oben zu stehen. Musik Seit Jahren ist die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Landbach, zählt zu den besten Kapellen unseres Bezirkes. Und wir sind natürlich stolz drauf, auf dem Bosnickverband so eine Kapelle zu haben. Mit dieser Intensität, was die am Programm jedes Jahr zusammenstellen und heuer im Jubiläumsjahr besondere Höhepunkte gemacht haben. Von Anfang bis zum Ende, wirklich eine tolle Sache und ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Jubiläum 125 Jahre Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Landbach. 125 Jahre Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Landbach und die 50-jährige musikalisch-deutsch-österreichische Freundschaft mit dem MV Gschwendt sind zwei ganz besondere Anlässe, zu denen man recht herzlich gratulieren darf. Applaus